recht herzlich willkommen zu einer neuen folge towns und wir sind unterwegs und hatten letztes mal ja zum schluss geguckt dass hier irgendwie 25 war was jetzt tatsächlich schon 26 ist sind irgendwie unzufrieden und ich habe keinen blassen schimmer warum hier oben das dach okay da kommen auch welche und bauen das auch zu oder die machen gerade hier die mauer da vorne irgendwie läuft gerade relativ schlecht würde ich sagen mal gucken dass wir das hinkriegen dass es besser wird eine stufe kann man schneller laufen lassen so wenn sie hier oben jetzt zum beispiel in den räumen an kerzen vielleicht sollten wir die mal da rein bauen damit das ein bisschen leuchtet da vielleicht ist denn das jetzt zu dunkel oder so wie sieht das unten aus wo stehen da die kerzen auf der linken seite also gibt hier jetzt auch kerzen auf der linken seite da kommen das ist sogar schon bett auf der linken seite so und da sind auch noch keine dann machen wir den auch gerade hin ja stimmt jetzt ein bisschen komisch liegt daran dass ich erkältet bin und sucht das aber in den griff zu kriegen den hat es nicht mehr gereicht auch schön ne so jetzt wird hier bin jetzt 27 wieder eingestiegen das ist doch schön ist es jetzt hell geworden und also da draußen hier ist es hell von gerzen weil geschlossen gut da haben wir überall wohl dach rüber deswegen da fehlt es noch da auch aber da können wir weitermachen ne das war verkehrt ein höher da dort und so und so so machen wir fast zu ja das dach ist jetzt tatsächlich schon zu es fehlt da noch ein stein kommen noch wieder welche die da rechts dann wahrscheinlich hinlaufen oder ne dann noch woanders irgendwie kommen wir da jetzt hoch bitteschön achso weil hier noch einer fehlt gut immer mal dahin also nicht ausgewählten sondern machen jetzt wie wir die schrift hast du nicht gedrückt ich bin ein held wieder vergessen da ist schon einer und da habe ich es auch nie wieder nicht gemacht super gehen wir einfach hier das war schon die richtige höhe passt so die machen steine holzklötze er findet es gerade wieder runter auf 24 schlecht hier ist aber schon eine kerze reingebaut worden da hinten auch und hier gibt es auch schon welche also kerzen werden auf jeden fall auch gemacht das ist doch super wir sollen aber hier rein passt auch alles gut so ein händler da weil er noch rot markiert ist irgendwie komisch oder er ist noch unterwegs von der karte runter das kann auch sein so jetzt wieder tag da fehlt es noch da fehlt es nicht dann machen wir es auch so dann geht es auch ganz schnell zu so und den haben wir extra weggelassen damit sie hoch können ja wir wählen noch mal aus und machen noch hier links und rechts von der tür welche hin damit das mit der tür schon mal gut ist so ja hier ist es im endeffekt nichts anderes da haben wir es auch gebaut läuft ja wie man sieht ist diese dame nur damit beschäftigt irgendwas wegzuschmeißen aber zu verbrennen und deswegen kriegt die da durch die gegend das ist nicht gut die müsste sich dann mal zum schlafen legen so happiness 26 ist nicht so der brüller was macht die speisekarte ist sieben rote keine vierne zwei äpfel also wir gehen mal gerade wieder auf naus beschaffung 28 steigt gerade ja wie sieht es hier oben aus 2467 wir haben vier helden da sieben betten für die oder sieben zimmer sogar hier haben wir auf dieser seite noch nichts alles durchhüllt aber auf dieser seite sah das so aus als ob wir das schon gemacht hätten ja komm wohl hin wohl da geht noch mehr eigentlich äh mining da die reihe haben wir aber diese hier noch nicht ziehen wir da mal gut durch die weg kommt den mann auch noch weg und mein ding müssen wir wieder einschalten ne da rein wenn wir schon dabei sind dann können sie auch in der richtung ne die auch noch weg und brauchen wir noch mehr hier haben wir auch noch nicht also auch noch bis dahin ähm aus vergessen wir die shift-taste zu drücken und hier ziehen wir da noch einen vorher ne da auch fehlt's ne gut da haben wir erstmal schon wieder was ausgewählt gut lassen wir erstmal so gehen wir höher gucken was da los ist hier sind sie zu gange um die äpfel und bären zu machen das ist auch ok so hier sind noch genug sachen zu machen aufträge sind genug da sollte funktionieren in dem sinne kerzen sind tatsächlich schon überall drin ne in den oberen räumen jetzt ja überall in dem zimmer schläft schon einer hat sogar ein dach über dem kopf alles bestens ja ich will jetzt betten in auftrag geben aber ich glaube da warten wir erstmal grad mit bis das soweit ist dass die wänder gemacht sind ne abgeerntet ist glaubt jetzt alles oder ein zu viel gibt's nichts blaues mehr das hat geklappt nicht genug rum gut macht hier einer weiter und guck mal da kamen jetzt hier ein schickes schicke deko hin nicht mit gerechnet dass das passiert war dieses goldene schwein oder was auch immer ist gold unifolum statua war ja auch schon immer da kann mich jetzt nicht im sinn wo laufen die denn hin äpfel essen alles klar macht das sieht sie aus happiness ganz unten müssen wohl giftige äpfel sein ja eigenartig oder oder machen die da gerade Apfelkuchen weil wir das in auftrag gegeben hatten ne ja ich glaube ich mache auch Apfelkuchen oder Bieren läuft schon so den haben wir nicht gesetzt also kommen die auch immer noch hoch hm hm guck ein Spirits wie soll das auch so wer war denn das jetzt ach der erste hier da sind genug Sachen dran ne ok da sind ganz viele Sachen drin da oben ist der Sand hm muss man auch mal gucken dass man das los wird oder sie ist immer noch da langsam am arbeiten keine ahnung warum wo das zweite Blumenbeet ist auch gemacht worden super wo macht die happiness 29 so hatten wir es noch nie in dieser Folge hm dann keiner macht holz der grüne piepvogel da geht auch von alleine runter oder sieht so aus sieht so aus gut jetzt ist gerade so irgendwie so warten ne warten aufs Christkind es passiert nix sind die alle unten am 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 sag schon ah man hört sie sie sind gerade hier und sollen aushöhlen dann seh nicht ah doch hier hier läuft's mhm ja zwei am am rufen dagegen so wie nicht wirklich gebacken ne ahh lauern wir mal für einen und dann laufen sie wieder nach oben das ist so ein bisschen schlecht geregelt da sind zu viele leute involviert in dieser aufgabe wohl müssten wir eigentlich mit den gruppen machen können das würde dann gehen aber das mal probieren 2 wir haben so gut oder machen wir bergmann haben wir da, Auto Group machen wir nicht, Change Jobs Wall Construction Trading, Building, Mining ach so, umgekehrt brauchen wir das ok, das ist erledigt und da müssen wir jetzt nur da einen reinsetzen er wird jetzt Bergmann das hat er jetzt nur damit zu tun ich weiß jetzt nicht, ob er das ist wenn wir jetzt hier einen Bergmann hätten, dann würde das bedeuten, er macht mehr wie ein Ding kaputt das ist noch nicht der Richtige ja da kommt einer ist der das? nicht wirklich, da der wieder wegläuft, oder? nee, der macht jetzt weiter er rannt jetzt doch weg müssen wir da erstmal reingucken und gucken, wie sein Name ist, ne? Henni Darrell Henni Darrell ist hier holt sich ein Apfel wahrscheinlich nein, hat sich Holz geholt, oder was? ah, unser Bauarbeiter muss hier oben arbeiten unser Bergmann hm, weiß auch nicht, was das soll dann ja, vielleicht für demnächst aber wenn das geht, dann geht das ok gut kommen da jetzt nur welche? ja, da kommt nur eine, ok das geht also voran gut, aber ich würde auch sagen, für die Folge soll es wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann, tschüss 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 Vielen Dank.